Wir sind so wertvoll, nicht wahr? Jeder Mensch soll leben, jeder Mensch soll glücklich sein. Das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz. Du glaubst, alle Menschen sind gleich, sind sie nicht? Sind sie nicht? Das ist mein Plan, das möchte ich gern tun. Lasst uns einfach die Welt reinigen. Vielleicht können wir übrigens dann das Leben etwas mehr genießen. Sie alle sind darauf aus, uns zu töten. Haben Sie jemals überlegt, wie weit Sie gehen wollen, um die Gesellschaft, die Sie kennen, zu erschüttern? Haben Sie jemals darüber nachgedacht? Eine Abwärtsspirale, bis ans Ende aller Zeiten. Und wir haben keine Chance zu überleben. Er hat es getan. Mein Name ist Evan Rins. Fällt dir was ein? Oh mein Gott, ich war nicht. Hier sehen Sie alle rum. Feuer! Die Kegeler hat Fehmorde gestanden. Rampage. 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 Henrik. Der Rampage. Wie sieht ihn aus.